Okay, Pony, ich bin drin. Hat funktioniert. Er ist drin. Endlich, das war ja einfach. Ja, ich hab nochmal doch die Grafik ein bisschen weiter runtergestellt, damit ich mehr sehe. Ich hab das Gefühl, dass wir nicht die Grafik... Also es läuft super auf Ultra. Es geht gar nicht darum, halt Performance oder sowas rauszuholen, sondern ich fand's so hässlich. Aber hässlich ist leider besser. Hässlich ist leider besser. Oder wie mein Bruder immer sagt, wieder Licht statt wieder nicht. Boah, hast du das auch? Ja, war grad ein derber FPS-Drop. Ist ja lustig. Hier draußen ist eine 600er Weste, falls du noch eine gute Weste brauchst. Ich hab übrigens tatsächlich eine Sniper gefunden. Du hast eine Sniper, Alter. Willst du sie haben? Nein, nein, nein. Mit Sniper bin ich echt nicht gut bei dem Spiel. Wir müssen... Du hast die 600er Weste gefunden. Hier draußen. Warte. Hier vorne war die hier, glaub ich. Ja, hier ist sie. Achso, alles klar. Wir müssen westlich, ne? Ah, ich hab schon richtig nachgeguckt. Ja, müssen wir. Ich sehe immer zwei Pfeile, deswegen bin ich mal ein bisschen irritiert. Ja, aber das ist ja egal. Du siehst ja, wo der grüne Punkt ist. Äh, warte mal, wo ist ein Westen? Ach, scheiße, da ist Westen. Äh, östlich, Alter, ich bin total dumm. Oh, östlich, vergiss es. Oh Mann, ey. Wir sind westlich und müssen östlich. Ist ja egal, wo die Pfeile sind. Du musst einfach nur gucken, wo geht's in die Mitte der Karte. Hm, hast du hinter uns die Bombe gehört? Ja. Der war aber rechts von uns. Ach, rechts, okay. Es gibt übrigens auch eine Autorun-Funktion. Bei dir müsste die noch standardmäßig auf Nummernpad sein. Also einfach auf das Num. Drück einfach mal drauf, dann rennt der einfach von alleine. Oh, tatsächlich, ja. Ja. Ich hab ihn mir auf die Maustaste gelegt. Dass er einfach, dass ich's aktivieren kann und deaktivieren kann. Und wenn du einmal nach hinten drückst, stoppt das aber auch sofort. Du kannst dich aber auch bei dem Autorun einfach hinbücken. Dann rennt der gebückt weiter. Das ist auch neu seit dem letzten Update. Vorher stoppt er der dann immer. Mhm, mhm, mhm. Aber der Sniper ist natürlich cool, dass du schon einer hast. Ja, aber du hast doch nur so ein Uzi. Du bist ja im Fernkampf doch gar nicht brauchbar gerade. Nee, aber ich hoffe und bete für uns, eine bessere Waffe zu finden. Hier da drüben links sind Gebäude. Vielleicht haben wir ja Glück und finden da was Schönes. Ach shit, wir haben auch unseren Airdrop-Caller und haben den noch nicht verwendet, ne? Ja, du hast einen. Ja, okay, pass auf, ich verwende den mal. Das heißt, ich laufe nicht weiter, ne? Pass auf, du darfst nur nicht in die Granate rein. Hm, warte, vorne ist was. Ja, ich hab's... So, jetzt müssen wir gucken, wo ein Feuerwerk hochgeht. Hier geht ein Feuerwerk hoch. Hier kommt gleich ne Dings runter. Da ist er. Ja, ich guck mal lieber, ob da jemand von denen guckt. Ja. Und ich versuche mal, ne coole Waffe abzustorben. Jedenfalls in der Hoffnung, dass da jetzt gleich ne coole Waffe runterkommt. Alter, komm runter. Die haben früher, haben die ewig gedauert, ne? Da war das so, die kamen runter und die Barriere kam meistens schon. Aha. So, dass du gar nicht an deinen Airdrop rankamst. Na los, warum? Ja, da sind, äh, nordöstlich in, äh, dem Haus hinter so einem Truck, da sind Gegner. Ja, ich hab jetzt auch hier so ne Art... Ne, ich hab einen Sniper, Alter. Echt? Ja. Verrückt. Nordöstlich hinterm Truck. Ich versuche... hier rüber ins Gebäude zu kommen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht mehr. Kann sein, dass er ins Haus reingelaufen ist. So, noch Sniper-Monifolge. Oh. Ist gut. Nordöstlich. Ah, du bist eigentlich schon auf der Höhe. Echt? Oh, ich höre links von mir Steps. Ja, aber nordöstlich ist doch da drüben. Welches Haus meintest du denn jetzt? Also von mir aus gesehen jetzt, wenn ich zu dir gucke, rechts von mir. Also, pfff. Ich gucke ja rein zu dir. Das zweistöckige oder das drüben? Ja, das zweistöckige, das zweistöckige. Alter, da bin ich aber ganz schön blöd gerade hergelaufen. Aber mutig. Nee, vielleicht sind die auch schon... Wenn alle sich so bewegen, wie wir uns bewegen, dann sind die auch vielleicht schon weiter. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen auch noch ein paar Meter machen, ne? Ich bräuchte trotzdem noch eine Schnellfeuerwaffe. Ich gucke nochmal hier kurz rein, ob hier auch irgendwas liegen geblieben ist. Oder ob die das hier schon alles gelootet haben. Nur eine Pistottole. Ja, wir könnten auch höchstens hier hoch auf das rote Gebäude. Also ich bin reingegangen, aber definitiv ist hier keiner mehr. Aber hier sieht es aus, als wurde gelootet. Okay, dann können wir eigentlich auch theoretisch weiter östlich und können gucken, ob wir sie irgendwie killen können. Okay. Ja, die Barriere kommt gleich hinter uns. Oh, hier gibt es noch ein Medikit. Money. Da ist wenigstens eine Wolfsdorm. Die finde ich zwar echt kacke. Aber die ist besser als meine Linkswaffe hier. Denk die das? 900er Reste. Oh, da waren zwei davon da. Mag die Wolfsdorm echt nicht, ey. Also hier war noch keiner. Nee. Obwohl doch ein paar Sachen sind weg hier. Aber wir sind ja auch gut ausgestattet mit einer 900er Weste. Oder was hast du? Hast du eine 600er? 900 habe ich jetzt auch. Ja, perfekt, Alter. Oh, hörst du? Oh, auf mich. Äh, links von mir. Von wo? Hinter mir jetzt. Ja, genau da, richtige Richtung. Ja, ja, komm her, komm her, komm her. Aber ich sehe überhaupt nichts. Aber es war da aus der Halle, ne? So in der Richtung, ja. Aber ich kann es dir nicht sagen. Kann auch. Alter, meine Maus ist kaputt, glaube ich. Nein. Ich kann nicht Dauersoomen machen. Ja, also ich habe es zum Beispiel auf gedrückt halten gestellt. Absichtlich. Ach so, wenn du Sniper machst und drückst Shift, holst du auch Luft, ne? Zum. So hältst du den Atem an. So Sniper-mäßig. Ah, ah, okay, okay, okay. Aber du siehst nichts, oder? Noch nicht. Aber die müssen ja auch irgendwann mal weiter. Aber rein theoretisch, wir müssen noch Meter machen. Ich laufe mal den. Ach so, ich wollte einen Kamm hinter uns mal hochlaufen. Ach so, und du guckst, aber naja, geil. Okay, laufe mal einfach weg. So, dann lauf du den Kamm und ich renne hier rechts weiter. Dass wir beide nicht so nah nebeneinander stehen, das ist ja auch mal doof. Ne, ich sehe da echt keinen Typen. Ich habe auch nur Ammo verloren, ne? Also, äh, Ammo, äh, äh. Ja, äh, Weste. Weste. Hier ist noch ne 900er Weste. Was ist denn hier los? Aber wo sind die denn hin? Zapalot, wo sind die? Ich meine, die Barriere ist auch näher gekommen jetzt. Mal gucken. Äh, wir müssen ein bisschen südöstlich, ne? Wenn du mal auf die Karte kommst. Äh, östlich? Ja, südöstlich, ja. Südöstlich. Also eigentlich den Berg hoch, ja. Es sind noch 32 Spiele, Alter, was ist denn hier los? Okay, 31. Ja, ja, ist immer noch ordentlich was. Ja, seitdem die die Map verändert haben, anfangs war es so, ey, du bist erste Barriere und es waren vielleicht noch 40, 50 Spieler da. Jetzt geht's langsamer. Du hast mehr im Shootout am Ende. Oh, geradeaus ist, äh, Leuchtfeuer, östlich. Äh, nee, südlich. Ja, ja, ich seh's, ich seh's. Ist gar nicht so weit weg. Ich seh da oben auch einen Gegner. Oben? Ja, oben drauf. Aber ich hab grad überlegt, vielleicht können wir, wenn ich mir die Karte so angucke, noch ein Stück weiter hier rüber und dann da oben auf dem anderen Berg Position beziehen. Mal gucken. Ja, das ist gar nicht so schlecht, meine Idee. Guck mal auf die Karte. Drück mal M. Ne, guck, dieser andere Berg, auf den ich gerade zulaufe, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Na, ich lauf mal runter zu dir. Ja, wir müssen aber auch den Berg oben die ganze Zeit im Blick haben, da wo das Leuchtfeuer war. Ja, hinter dir, auf der Freifläche, kommen zwei Gegner. Ja, ich glaub, vielleicht haben sie dich sogar schon gesehen. Schießen glaub ich auf dich. Ne, auf mich schießt keiner. Hörst du sie? Ja, ich hör sie. Möchtest du doch hören. Ja, ja, ich seh sie auch. Oh, mit dem Turm drinne. Das war eh. Oh, hast du ihn geschossen? Hab den getroffen? Hab ihn. Wow, nicht schlecht. Danke, danke. So, ich renne weiter. Komisch. Ja gut, okay, waren zwei. Ja, ja, die haben sich gegenseitig beschossen, alles gut. Einer war von denen aber tot, die zwei die... Von vorne kommen Schüsse. Von wo, ey? Von wo? Irgendwo von oben kommen Schüsse. Ich weiß nur nicht von wo. Direkt vor mir ist irgendwo einer. Aber ich seh ihn nicht. Also, er schießt auf dich, ja? Hat er eben gerade, ja. Ich glaub, hinter uns wird immer noch geschossen. Ich versuch grad hier den Berg ein bisschen hoch zu kommen. Na, ich folg dir mal besser. So, mal gucken. Der war doch auch irgendwo auf dem Berg, der Arsch. Wie sieht's denn kartenmäßig aus? Na, noch ganz gut. Und hier, wenn du jetzt gebückt gehst, machst du keinen Step, ne? Für den Fall, dass hier einer bei uns in der Nähe ist. Ja, okay. Ey, ich seh zwei südöstlich grad den Hang hochlaufen. Oh, er schießt auf mich. Wo war das? Wo ist das? Wo ist das? Wer war das? Ich hab keine Ahnung. Geradeaus. 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 Als du, wo du hinguckst. Ah. Oh, ich kam da nicht weg, ey. Kacke. War das der, der grad das Arctschild aufgebaut hat? Kann sein, ja. Keine Ahnung. Ich hab versucht, meinen Arsch zu retten gerade. Aber ich kam da nicht mehr weg. Ich war auch ein bisschen höher als du. Ja, ich seh die gerade. Alter, der rechts von mir wird auch geschossen. Das ist ja echt grad übel. Gerade schon wieder diese Drops. Fuck. Wie sieht's denn hier? Da Barriere aus. Ah, immer noch drinne. Alles gut. Alles gut. Aber dass man mit dem Sniper echt zweimal treffen muss, damit einer stirbt. Das ist echt scheiße. Also wenn man da einen guten Heli landen würde, ne? Aber andererseits. Du hast ne Torwaffe, ne? Äh... Und da raus... Äh, nur ein holographisches. Das ist natürlich scheiße. Egal. Ich bin gerade aus dem Spiel getappt. Oh Gott. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ey, da kommt einer vor dir unter dir. Ja, ich seh's. Jetzt guck runter. Achso. Heddy. Oder? Na, der hat doch jetzt ein Problem. Ach, scheiße. Warum lege ich mich denn hin? Das wollte ich gar nicht. Er läuft. Er läuft. Er läuft. Wie ein Verrückter. Er läuft wie ein Verrückter. Ja, ich seh' ihn, ich seh' ihn, ich seh' ihn. Schieß einfach. Ganz ruhig greifen. Oh. Nimm doch die andere. Hab ich gerade vor. Oh Mann. Das gibt's nicht. Alter, ich hing gerade super fest hier. Scheiße. Ach ja, die Berge sind ein bisschen scheiße, ne? Für ein Free Game ist das halt so. Na, was sind wir? Platz. 13. Aber Mann, eigentlich ist alles unter 10 gut. Egal, wir haben wie viel? 78, 76 Spieler überlebt. Na ja. Oh Mann, fuck. Das war ja aufregend. So scheiße spiel ich nie. Das kotzt mich gar nicht so an. Er ist ja gerade wie so ein Wiesel gelaufen. Er ist ja wirklich hochgeschreckt. Oh mein Gott, die Mauer, die Mauer, die Mauer. Ja, aber ich verstehe auch nicht. Du hast es ihm richtig angesehen, dass er... Ja, natürlich hatte der Panik, wenn so ein Typ mit einem Schneider auf dich schießt von oben. Aber das war halt einfach mega kacke gerade. Ja, egal. Ja, aber die Hügel, wie gesagt, ich kam da auch nicht. Aber du bist doch nur bei einer dabei, oder? Ja, ein Mauer. Guter Junge. Die Frauen ticken alle gleich. Ja, äh. Aber ich wollte dich fragen, ob du noch Farbe brauchst, weil ich habe zwölf Eimer davon. Oh, du hast zwölf Eimer davon? Ich habe einfach zwölf Eimer. Wir müssen südlich übrigens. Äh, weil ich habe sauviel von diesen Eimern gekauft gehabt. Als Angebot. Ja, genau. Wetterschutzgelder. Hat du das? Äh, ja, das Braune auf jeden Fall, ne? Wir haben ja verschiedene Farben, Farbstufen. Ja, das, äh, ich glaube nicht, dass... Da ist ja schon schwarz. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir sagen. Äh, hier, mit P. Ähm, Palisander. Ponne. Ponne. Ponne Palisander. Die rasende Reporterin. Ponne Palisander. Ja, wenn ich mal, wenn ich vielleicht was brauchen sollte, dann buche ich mal, ob du hast. Ponne, da oben ist eine Dings runtergekommen. Loot Crate. Hast du gesehen? Äh, Loot Crate. Äh, äh, äh... Bist du schon am Durchdrehen? Ja, ich versuche da mal hinzugehen. Ist das immer frei? Also, um... Ne, 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 ne. War das ein Spieler? Ja, natürlich war das ein Spieler. Ne, ne, den versuche ich jetzt mal wegzunatzen. Die ist hier direkt von meiner Nase runtergekommen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Einer ist hin. Oh, ich will wieder raus. Lass mich zu laut. Oh, sorry. Einer ist hin, Ponne. Ja, ich bin aber eigentlich... Da gibt es voll viel Scopes. Entschuldigung, ist es vielleicht... Oh nein, mich hat der Zweite. Oh, so eine Kacke. Oh, ich wollte dich fragen, ob du einen Moment auf mich warten könntest. Ja, aber ich hatte den einen schon so gut im Visier. Nur ich hatte halt keinen Scope. Das war mega Kacke. Tut mir leid, ich habe es verkackt. Schon wieder. Müssten die dich nicht looten kommen? Ne, ich hatte ja nicht coole Sachen. Obwohl, vielleicht doch. Den hatte ich schon echt krass runtergeschossen. Waren die so links von dir oder geradeaus? Geradeaus, genau. Da ist er, geradeaus bei der Tür. An der Lootkiste. An der Lootkiste. Der lootet gerade. Du hast Zeit. Du kannst ihn hier packen. Immer schön auf dem Schädel. Pony, du hast ihn. Du hast ihn. Du kannst ihn looten. Ich habe ihn. Du hast ihn. Verrückt. Und die haben die Lootkiste da gelassen. Das hier? Ja, das blaue Ding. Sag mal ruhig. Achso, ne. Das gerade. Was macht man hier? Ja, kannst du entweder gucken. Du musst Heilung einschlucken. Achso. Das sind Painkiller, Arc-Shield. Kannst alles mitnehmen. Und hier rechts neben dir ist die MXZ5. Die ist top. Wie ich schon mal sagte. MX. Gott, ich bin so langsam beim Looten. Ich greife einfach alles auf. Oh mein Gott, ich habe nicht die Karte im Blick gehabt. Müsst du noch Zeit haben. So, jetzt hau dir da noch ein paar Visierungen drauf und dann geht's ab. Wie hast du das gesehen, dass ich keine drauf habe? Ja, weil du keine drauf hast. Aber ich habe eine, oder? Ne, ich habe keine drauf, tatsächlich. Achso, ich habe das falsche. Ja, Medium Range. Sehr gut. Du bist schon wieder tot, ey. Ja, es tut mir leid, aber ich bin ja, ich bin deine Stimme auf der Schulter. Du musst mir nur sagen, wo geschossen wird. Wenn geschossen wird. Weil, wie gesagt, man hört keine gegnerischen Schüsse. Hm. Nur wenn sie bei dir direkt einschlagen in den Körper, dann hört man so isch, isch, isch. Aber nicht von Ruhe. Alles klar. Also ich bin wirklich nur reiner visueller Natur als Hilfe da. Alter, der hat mich richtig runtergeschossen. Ich hatte ja, äh, sag schon, ich hatte ja 900, ne? Ich hatte eben nur 200 irgendwas. Ja, das ist krass. Also so hatte ich das noch nicht erlebt. Dann ist hier so eine 300er Weste auch schon wieder sinnvoller, ne? Äh, es war glaube ich 400 gerade. 400er geht es nicht. Äh, 600 war das gerade. Das ist das Top. Granaten, Granaten, ganz viele Granaten, okay. Hm, 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 hm. Aber es ist schon gut ausgerissen. Alles, was du jetzt brauchst, ist halt nochmal, wenn du eine 900er findest, so ein bisschen im Medic. Ach, da habe ich eigentlich genug. Ja, da drüber. Nee, guck mal, hinter dem Kamin. Hinter dem Kamin ist so eine Medic-Kiste. Die macht sofort 100% voll. Geil. Deswegen habe ich die zum Beispiel immer unten in den... Und da war ein Kompensator auf dem Bett. Wie hast du das gesehen? Ja, guck mal vorne links an der Ecke, am Bett. Was mache ich damit? Mündungsfeuer. Pack drauf. Da hast du einen stabileren Schuss. Verrückt. Okay. Und es gibt halt weniger Mündungsfeuer. Es ist noch kein Silencer, aber... Ist gut. Ist gut, ist gut. Ist gut, ja? Ist gut, ist gut. Guter Mann. Siehst du eigentlich diese Striche da auf der Wiese? Direkt vor dir? Ja, wir wissen alle nicht, was das ist. Das war vorher nicht da. Anscheinend noch irgendwelche Fehler beim reinmachen der neuen Map. Ich überlege mich gerade... Ja? Nee, red du erst. Ach, ich überlege gerade, ob es noch Sinn macht, Häuser zu looten. Oder ob das zu gefährlich ist, weil sich da drin welche verbarrikagieren könnten. Könnte, ja. Vorher hatte das hier so ein bisschen Sci-Fi-Setting. Das hast du gar nicht gespielt zu der Zeit. Ähm, da waren hier so Alien-Bohrmaschinen, die von oben den Boden aufgebohrt haben. Und man ist dann an so Sandgräben vorbeigelaufen, die dann so... Wo dann gebohrt wurde. Das war ganz cool. Ist ja geil. Mit der MX-5 oder Z5 hast du eigentlich echt, meiner Meinung nach, die beste Waffe in der Hand. Nach, also... Mit Medium-Range drauf, das ist super. Hm, okay. Ähm, rechts von dir rennt einer gerade runter zur anderen Hütte, aber es ist Latte, oder? Noch viel weiter rechts, der ist viel zu weit weg. Und dieses riesige Gebäude hier vor mir... Ja, das ist auch ganz geil, ne? Gibt aber auch nur eine zweite Etage, das ist eigentlich mehr Schein als Sein. Ob es da guten Loot gibt, gibt es überall guten. Das ist halt einfach nur Glück. Man kann jetzt nicht sagen, in dem und dem Gebäude kriegst du geilen Loot. Ja, hinter mir schießen sie gerade. Ja, dann war das der. Sniper höre ich und... Versuche einfach mittig zu kommen. Und da dann irgendwo erstmal Position zu beziehen. Es gibt halt auch die anderen, die immer an diesem Rand sind, ne? Immer genau warten, da ist der grüne Ring. Dann warten die da, bis der Ring kommt und dann gehen die weiter an diesem Ring die ganze Zeit lang. Ist doch voll Kacke beim Feuergefecht. Ja, klar. Aber... Du fängst immer die Leute ab, die dann halt in den Ring versuchen zu laufen. Und am Ende... Ne? Du kommst halt... Also das ist das Problem. Ich versuche immer am Anfang... Oh, ich bin mal still. Also irgendwie spinnt meine Maus. Hast du gerade gesehen? Siehst du das so mal? Ne, 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 ich sehe nur third person. Ach dann, weiß ich nicht. Wie sehe ich, wie sehe ich nicht? Wie sehe ich, wie sehe ich nicht? Das genervt ganz schön. Oh, das ist natürlich gefährlich. Ja, und das mit meinen neuen Trackball-Maus. Wer weiß, ob es die überhaupt noch gibt. Und ach, vielleicht muss ich mir doch irgendwann mal eine neue zulegen. Das wäre natürlich übel, ne? Aber es gibt noch Trackballs. Bin ich mir sicher. Sowieso ein Ding, dass du damit so gut spielen kannst. Naja. Ich war auch mal besser damit. Ja. Vielleicht, vielleicht... Äh, äh, holst du dir doch irgendwann mal eine normale Maus. Ich meine, du kannst ja auch mit normalen Mäusen, oder nicht? Ja. Na, siehste. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Oh, so wie ich... Hm? So viel Glück, wie ich habe, läuft mir, glaube ich, bestimmt irgendwo bei einem rein, der so abhockt, weißt du? Möglich ist es. Schon, schon oft gab? Ja, klar. Irgendeiner sitzt hier einfach in so einem scheiß Busch und liegt da drinne. Ähm, was dafür, was dagegen hilft, ist einfach mal, ähm, mit dem Fadenkreuz ganz locker über den Busch gehen. Ähm, da kannst du sehen, also der Name leuchtet auf, wenn du, wenn du auf den Busch zielst. Und da liegt einer drinne. Aber machst du natürlich nicht bei jedem Busch. Na komm, du bist schon unter den Top 30. Alles gut. 29. Läuft bei dir. Ah. Hinter dir sehe ich auch gerade keinen. Vor mir links. Ja, da gucke ich gerade hin, da drüben links. Aber sehe ich auch nichts auf die Entfernung. Vor mir ist einer. Vor mir sind zwei. Oh ja, ja, rechte Seite unten, ja. Okay, jetzt hier. Geil, geil, Alter. Double kill. Junge. Das war nice, Mann. Siehst du, wie geil die MX-5 ist? Die war, aber die war ja mal richtig geil, also. Wie gut die geschossen hat, auch mit diesem Bündungsfeuer-Teil, also. Ja, die ist super, sag ich doch. Aber jetzt ist ja die Frage, ja. Wenn du Distanz-Grip drauf hast, dann ist richtig geil. Dann verzieht die noch nicht mal. Millimeter. Sehr geil, Ponne. Oh, also so gut habe ich endlich noch nie geschossen. Das können Leute sein mit Level 100 oder irgendwas, ne. Und das ist halt wirklich egal in diesem Spiel. Egal, wie viel du gespielt hast. Wenn du einfach mal doof läufst und kriegst von hinten in die Fresse, dann kriegst du von hinten in die Fresse. Der hatte noch eine AK, aber das Latte. Ach so, zweite Waffe, aber eigentlich die eine. Der hat noch einen Silencer da rumliegen, hinter der blauen Munition da. Macht das nicht alles leiser? Ja, ja, klar. Ja, es ist Schalldämpfer. Aber nee, schlechter in der Entfernung, meine ich. Das weiß ich nicht. Aber Agur hat richtig geil mit der vor kurzem geschossen. War ich echt Fan von. Also, ich selber habe nur ein oder zwei Mal mit dem Schalldämpfer geschossen. Ach so, Kompensator oder, äh, da habe ich die Wahl. Aber du kannst ja auch auf deine andere Waffe noch mit deinen ganzen Sachen, die du eingesammelt hast, mal bestücken. Da ist ja auch noch nichts drauf. Hm. Stimmt. Äh. Ja, guck mal, so bist du echt fast nicht sichtbar hier im Gras. Hast du das Spiel auf Low, was Graf, also was, was... Ja, 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 alles ein bisschen. Und wie viel FPS jetzt gerade hier? Äh, 60. Ja, habe ich auch. 68, 67, manchmal 70. Das ist serverabhängig, wie bei Arma. Ach so. Okay, komm, Ponne. Noch 20. Beziehungsweise 19. Du bist ja auch einer von den 20. Oh, oh, oh. Das Sumpfgebiet. Ach, das ist... Welche Map? Ist das jetzt manchmal dieselbe Map? Ja, es ist immer dieselbe Map. Da oben links ist die Fabrik, wie du siehst. Da hinten rennt auch einer. Ähm, ich kann natürlich leider die Gradzahl nicht sagen, aber... Von dir aus gesehen jetzt relativ weit links. Auf der anderen Seite des Gebirges rennt einer rum. Genau da. Oh, der Kreis wird jetzt sehr, sehr klein. Ich bin ja schon fast am Rand. Ich muss über den Sumpf rüber, ja? Na, ich hab keine Ahnung. Ich kann die Karte nicht sehen. Ja, ich muss in den Sumpf rein. Oder ins Gebäude da vorne. Nee, weiter... Hä? Weiter links. Da muss ich hin. Ach, du meine Güte. Ja, werden wahrscheinlich welche von rechts kommen. Oh Gott, ich hab ne schlechte Posi hier. Oh Gott. Oh Gott, die kommen gleich hinter mir. Oh Gott, dann laufe ich jetzt den Berg runter, bin ich gleich der Tote. Kann passieren. Aber hier unten im Zelt... Kannst du da schon Posi einnehmen? Wäre das möglich? Oder bist du dann noch nicht im Grün? Äh, bin im Grün, ja. Boah, ist das nicht ganz schön riskant hier, so ein Zelt? Keine Ahnung. Oh, da schießt jemand. Ich hab manchmal ohne Ende Barrikaden um so ein Zelt gebaut und hab mich reingesetzt. Äh, wie klein wird denn der Kreis? Also... Winzig, irgendwann steht man sich gegenüber. Ach echt? Aber da muss ich ja jetzt irgendwann weiter. Oh Gott. Ich glaub, ich will lieber zum Felsen nach vorne. Sind noch 13 Spieler. Ja genau, mach keine lauten Steps, ey. Siehst du irgendwo was? Ne, ne, ich dreh die Kamera die ganze Zeit wie ein Blöder. Wo sollen wir doch die ganzen Spieler sein? Ich weiß es nicht. Alter, ist das spannend. Verstehst du jetzt die Faszination für das Spiel? Aber hallo. Noch 13. Ah, einer kommt auf jeden Fall auf der linken Seite von dir, oben aus diesem Haus, vom Hügel. Von da kommt auf jeden Fall einer. Pass auf, guck du nach da, ich guck nach hinten. Wenn du so stehst. Äh, ja, aber ich glaube, hier vorne ist es besser. Ja, ist auch gut. Kann ich auch nach hinten gucken. Oh, stehst du aber relativ weit oben, Alter. Ach, scheiße, ja. Ach. Du bist ja auch in dem selben Zelt, wo du warst, ich weiß es nicht. Steh bloß nicht wieder auf, ey, dann machst du voll viel Krach. Ähm, hinter dir. Da, genau in die Richtung. Nee, weiter links, 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 links. Da sind zwei. Sehr weit weg. Ja, geht so. Hauptsache, du bist noch im Barrierenbereich. Alles gut. Oh, da rennen die gerade zu dem Baum da, der da vorne ist. Hast du gesehen? Da rennt einer, da ist so ein Stein. Ja, jetzt sehe ich ihn. Ja. Oh, scheiß auf ihn noch. Verrat nicht deine Posi. Na, hinter dir. Oh, scheiße. Ach, schade. Alter, wie schnell die die Schilde mal aufbauen. Alter, das haben wir durch den Schnelltasten. Oh, okay. Aber wir müssen unter den Top 10 sein. Also du, du hast das gemacht. Wir müssen Top 10 sein. Komm schon. Komm schon. Unter den Top 10. Wenigstens. Ja, siebter. Gut gemacht, Bonne. Cool. Verrückt. Sehr schön. Silber-Medaille, ist das oder was? Äh, eine Bronze? Oder gibt es dafür nur 1, 2, 3, gibt es Medaillen? Nein, du kriegst für den ersten Platz, kriegst du eine goldene Create-Kiste. Mhm. Und, ähm, äh, unter den ersten Top 10 kriegst du hier so, so ein, so ein, was ist denn das, so ein Glaspokal oder sowas, ne? Ja, genau. Und wenn du jetzt auf Continue drückst, dann, ähm, siehst du gleich im Hauptmenü, siehst du drei Pokale. Äh, äh, und zwar, äh, nee, warte mal, wie war denn das? Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Alles klar. Also, ganz rechts, der goldene, ist klar, erster Platz, ne? Mhm. Habe ich eins stehen. Dann kommt dieser Glaspokal, da habe ich komischerweise sieben, aber warum denn nur siebenmal? Weil ich war doch nicht nur siebenmal unter den Top 10. Kann irgendwie nicht sein. Und dann habe ich dann diesen Bronzepokal, da steht bei mir 33. Ich weiß aber gerade nicht die Aufzählung. Ah, okay. Verstehe ich gerade selber nicht, aber, warte mal, wenn man rüber geht, kann man da was, oder gibt es Statistik oder sowas? Leatherboard, Lootcrate? Stats. Stats. Skills, Headshot, Icons unlocked, Towns unlocked. Kosmetik unlocked, bla bla bla, beste Trophäe. Hm. Insgesamt bin ich 61 Mal gestorben. 41 Mal habe ich irgendwie so eine blöde Medaille gekriegt, 33 Mal das, siebenmal das, einmal habe ich gewonnen. Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auch mein Double Kill wurde hier nicht gezählt, sehe ich gerade, weil ich hatte einen Double Kill. Das ist fies. Du hattest ja auch einen Double Kill, steht der bei dir drin? Da habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt. Achso, du bist gar nicht auf Stats. Ich bin gerade, doch, ich war gerade, aber ich bin rausgegangen gerade. Ich habe nicht darauf geachtet, weil ich habe heute auch ein bisschen Überstunden gemacht und er ist der Arbeitstag, Junge. Hau dich hin, hau dich hin, hau dich hin, Digga.